Ja, ich mache, das ist wirklich. Mai Govanen. Heute möchte ich den Wunsch von Einhornboy3000 erfüllen, indem ich ein kleines Video über die Kirinki mache. Die Kirinki werden nur im Buch Nachrichten aus Mittlerer erwähnt. Ich zitiere. Auch im Binnenland von Numenor gab es unzählige Vogelarten. Von den Kirinki, nicht größer als Zaunkönige, doch purpurfarben, deren pfeifende Stimme das menschliche Ohr gerade noch vernehmen konnte, bis zu den gewaltigen Adlern, die im Mannweg geweiht waren. Als kleine Anmerkung. Im Original haben die Kirinki die Farbe Scarlet, was übersetzt Scharlachrot ist. Damit wissen wir also, dass die Kirinki eine kleine, sehr auffällige Singvogelart darstellen, welche aufgrund der hohen Frequenz nach einer Weile wohl eher sehr nervig werden könnten. Ob er mit dem Untergang Numenors ausgestorben ist, ist leider nicht bekannt. Dieser Vogel trägt absolut nichts zur Geschichte bei. Er ist einfach nur da. Und genau das macht Tolkien als Autor so genial und beliebt. Er erzählt nicht nur spannende Geschichten, sondern schafft es mit Hilfe von Worten eine konkrete und exakte Vorstellung seiner eigenen Welt mit eigener Flora und Fauna in die Köpfe der Leser zu pflanzen. Damit verabschiede ich mich auch schon und wünsche noch einen großartigen Tag.